hallo ihr lieben heute habe ich wieder ein hol für euch habe ich auch wieder ein kosmetik artikel die ich noch brauchte und ja ich denke damit das video nicht allzu lange wird fange ich einfach mal mit dem an ich war bei müller und habe mir ein paar kleinigkeiten geholt und zwar einmal denn komplett feuchte reinigungstüche und die hat circa drei euro gekostet und die riechen so gut und genial es hat zwar nur steht das hier drauf allein steht nicht drauf wie viel es drin aber ich finde ich habe die mal ausprobiert und die haben wir so gefallen und da habe ich gedacht ich kaufe mir die wieder weil sonst habe ich immer den von baby janka den runden topf und ja und die gehen wir jetzt eben bald aus und dann habe ich noch den asia schaum gekauft und zwar von m lady mit mango duft mal schauen probier mal aus nein doch 40 mango entschuldigung 40 mango und so rieche ich noch nichts aber probier die auch mal aus und dann habe ich noch von ihm und die hat 1 euro 50 gekostet und dann habe ich noch von von impuls habe ich den vanillakisses gekauft in deo und ich finde auch die riecht so toll und ich liebe von ihm so und dann habe ich noch drei blushes von man hätten das ist jetzt schon den oktoberfest collection und die haben je 8 euro gekostet und zwar einmal den russ sugar zucker zuckerlose 55 v so sieht ja die sind so die pigmentierung und dann einmal den wiesen fieber 43 p ich glaube und dann einmal den dirndl love 35 p und den habe ich jetzt gerade drauf so so naja sieht man nicht so gut ab finde es süß und dann war ich noch bei handem und musste mir ein neues bikini und dann kaufen und dann habe ich mir einfach so ein bando bikini und die hat circa 10 euro gekostet und dann habe ich mir noch von dann war ich noch bei bodyshop von dies von dem habe ich keine tüte habe ich mir den born lippy strawberry lip balm gekauft und duftet so herrlich nach erdbeeren und die hat jetzt vier euro gekostet und dann habe ich noch händedesinfektionsmittel gekauft einmal im mango duft die haben die hat jetzt fünf euro gekostet und einmal erdbeeren die riechen so toll müsst ihr mal ausprobieren falls das bei euch in deutschland oder österreich auch gibt und dann habe ich noch dann war ich noch im koop weiß nicht ob es die bei euch gibt aber ich habe diese prise brasil mango flower gekauft eine duft kerze und die richtig super toll ich habe zwar noch einen aber ich musste mir ein backup kaufen schon benutzt die verpackung ist so süß ja wie ihr seht habe ich auch schon öfters benutzt und dann habe ich mir noch karmix gekauft die hat circa auch vier euro gekostet und am anfang wenn man das auf den lippen aufträgt dann fühlt es so dann kribbelt es so auf den lippen aber das ist sehr gut man hat dann ganz schön weiche lippen und dann als letztes für heute habe ich mir noch beim vögele schuss habe ich mir noch so ein ich weiß nicht so ein schuh gekauft mit pelz und hier ist noch eine schleife ja und die habe ich jetzt für 50 euro habe ich mir jetzt die gekauft ich finde die so süß kann man schön mit leggings und ein langes shirt tragen oder auch mit jeans dunklen jeans ich finde die so süß so das war's für heute und ich hoffe es hat euch gefallen und bis das nächste mal bye